Lizenzen. Auf die Plätze, fertig, Geld. Wollten Sie schon immer mal mit 10% Kapitalansatz 90% Ertrag hereinholen? Dann sollten Sie sich rasch über das Thema Lizenzen informieren. Denn damit schaffen Sie dieses Kunststück. Sie wollen ein unternehmerisches Projekt finanzieren, haben aber kein Geldgeber an der Hand? Mit dieser Lösung werden Sie Ihre Kreditklemme garantiert überwinden. Auch das Franchise-System ist eine Abwandlung von Lizenzen. Erfahren Sie, wie einfach es ist, in diesem Bereich eine Win-Win-Situation herzustellen. Lizenzen gehören zu den genialsten Systemen zur Geldbeschaffung, die es zurzeit gibt. Und das Tollste, jeder kann damit Geld verdienen. Sogar dann, wenn Ihre aktuelle Schofa-Auskunft rabenschwarz ist, werden Ihnen Lizenzen helfen, Unmengen an frischem Geld in die Kasse zu spülen. Und beispielsweise unternehmerische Projekte damit zu finanzieren. Sie können zum Beispiel mit dem Verkauf von Urheberrechten jede Menge Geld verdienen. Wie schon gesagt, mit 10% Kapitaleinsatz können Sie 90% Ertrag erreichen. Wie? Das sage ich Ihnen in meinem Ratgeber. Lizenzen sind die bessere Alternative zum Bankkredit. Ich zeige Ihnen, worauf Sie achten müssen. Und wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, ein Franchise-System zu nutzen, wird Ihnen dieser Ratgeber ebenfalls jede Menge nützlicher Tipps und Winke geben. Lernen Sie die erstaunliche Welt der Lizenzen kennen und machen Sie damit richtig viel Geld. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos finden Sie den direkten Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Ihr Wolfgang Rademacher